Zum zwölften Mal organisierten die Landfrauen eine Modenschau für die Messe Landtage Nord. Insgesamt 17 Line-Models präsentierten am Montagnachmittag die neuesten Trends der kommenden Herbst- und Wintermode. Die Kleidung stellte Mode W zur Verfügung. Seit der ersten Messe sind die Landfrauen mit ihrer Modenschau dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017